Ja, Captain America ist jetzt in der Reihe mit seiner Ikon-Mission bei der Ostküste. Da gehen wir auch direkt rein. Perfekt. Zeigen wir AIM, dass sie die Resistance und die Avengers nicht aufhalten können. Schon gar nicht im Team. Jo, wahrscheinlich ich habe die ganze Zeit Kreis gespammt und der kann mich trotzdem treffen. ZUK für Avengers. Drei. Vier. ja ich war hinter der wand schieß kommt jetzt auch wenn ich jetzt die resistenz und schieße das gefühl also das ist bis jetzt die intensivste mission die ich hatte ja wahrscheinlich schild ich war ich kann man kann Ach, das muss führen. Ja, und ich bin auch die Weg. Och, Mann. Schild! Ja, ich habe ihn noch fast. Was? Ach, komm. Ich habe ihn. Glück. Heilige Scheiße. Wir haben gemeinsam einen guten Job gemacht. Ja, verdammt richtig. AIM will, dass die Welt ins allen schaden wollen. Aber einige ahnen die Wahrheit wahrscheinlich schon. AIM will nehmen, nicht geben. Und die Adeptoids sollen kontrollieren, nicht helfen. Wir müssen alles tun, was wir können, damit alle Menschen erfahren, dass sie nicht mehr allein sind. Das wird nicht einfach. Vielleicht nicht. Aber die Wahrheit liegt auf unserer Seite. Und ich will glauben, dass das noch etwas wert ist. Und jetzt haben wir einander. Was sagt ihr? Was sagt ihr? Was sagt ihr? Untertitelung des ZDF, 2020